Musik Mein Name ist Inga Wingerova. Ich bin Gründerin der Akademie für Angewandte Hellsichtigkeit und Bewusste Realitätssteuerung. Möchten Sie sich Ihre Wünsche fühlen? So zum Beispiel ein höheres Einkommen, einen besseren Job, eine neue Wohnung, ein Traumhaus oder vielleicht eine neue Liebe oder den Traumpartner? Oder sollten Sie Ihre Bestimmung oder Ihr Lebensziel noch nicht gefunden haben? Das alles stellt nicht wirklich ein Problem dar, denn ich kann Ihnen helfen. Ich bitte Ihnen Anleitung, Beratung und persönliche Begleitung. Ich werde mit Ihnen einen Arbeitsplan erstellen, der individuell an Ihre persönliche Situation angepasst ist. Ich zeige Ihnen Techniken und gebe Ihnen Werkzeuge an die Hand, damit Ihr Wunsch Wirklichkeit werden kann. Falls nötig, werde ich Ihnen helfen, Ihre Blockaden zu lösen, damit die Materialisierung Ihres Wunsches nichts mehr im Wege steht. Am Ende der erfolgreichen Sitzungen haben Sie als Resultat Befreiung von fremden, blockierenden Programmen Ein erhöhtes Energiepotenzial und natürlich die Erfüllung Ihres Wunsches. Befreiung von fremden, blockierenden Programmen